Hallo, Buenos Dias! Guten Morgen! Ja, vierter Tag auf Isla Bonita. Jetzt geht es da hinaus auf den Mirador Astronomico. Ja, wir fahren jetzt durch die Wolken durch. Fein, fein, ja. Die Straße, wie viel fein, ein bisschen fein ist sie an. Natürlich ist sie bald. Ja, was ist das, oder? Ja, und da kommt schon die Sonne. Ja, die Sonne! Ein mega blaues wie die Sonne! Guten Morgen, guten Morgen! Ja, ha, 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 ha! Ja, Urgeil! Urgeil! Ich bin schon gespannt auf das herrliche Wetter heute. Heute vierter Tag, wie gesagt. Ja, Fonds, Dang! Ja! Ja, wir fahren heute bis Valtdach im Sonnenuntergang. Die Maschine, die ich dann habe, so wie die 19. Na gut Leute, ich glaube, ich muss die Linsen sauber machen. Ja, da muss ich mich wieder konzentrieren, die Maron. Ja, aufpassen, Frau. Aventura Verde. Ja, absolut mega. Ja, sehr geil, neue Straße hier. Von Monteprena über den Mirador del Astronamico. Kleine Wanderung. Gerlich, wirklich. Wunderschön. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bitte, schaut euch das an. Das ist alles wie kein Asche. Bist du teppert. Ja, das ist schon ganz schön heftig gewesen. Jetzt wollen wir rauskommen. Jetzt wollen wir rauskommen. Und bitte. Alter, das ist der Wahnsinn. Alter. Well, what for a great tour. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ja. Ja, ja. Ah, da ist ein Mirador. Fackenhalteverbot auf der Straße. Fein, fein. Ja. So. Jetzt sind wir da. Feine Mirador. Jawoll, Alter. Sieht noch was? Riecht noch was? Atenzione, por favor. Okay. 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 Ja, herrlich. Freie Straße. Herrlich. Wunderbar. Ja. Mit einer wunderbaren Wanderung. Geht jetzt zum Lavastrom. Ja, schaut euch das an. Ja, herrlich. Ja, schaut euch das an. Hallo, buenos. Hallo, buenos. Hallo, Chica. Buenos Dias. Das ist wie, da kommt jetzt seine Ampel an. Ja. Die Straße raucht. Da muss ja nur die eine rauchen, oder? Ah, hat sie. Ja, ja, die Straße raucht. Ja, die ist das geil. Ja, halt. Ein Leipzig. Jetzt im Weltdjungel. In the jungle. Noch sehr was. Heute. Ja gut, dass ich eine Reiseversicherung abgeschlossen habe, ja, die wandert auch so ein Stein am Schädel und dann schaue es halt gut aus Aventura Verde Ist das geil, oder? Wie ist meine Post? Halte ich dich? Keine Ahnung Schau mal rein Was ist das? Ja, man Ja Paco Atención Carretera De Montaña Guarda Muy bueno, perfekto Aber es ist so geil Die MPNU Schiene ist so genial zu fahren Es ist geil Der 뉴스 Der 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018